Willkommen bei ProfiSchnap.de hier im Showroom in Empfingen. Heute habe ich ein ganz besonderes Schnäppchen für Sie und zwar zwei identische Relax-Sessel der Firma Himmola, Modell Nummer 7607 im Set, elektrisch verstellbar, Lerafrika, Größe, Medium. Wo ist die Verstellung? Wo ist die Verstellung? Hier ist sie rechts. Das ist die Verstellung. Hier ist die Schnelltaste zum Zurückmachen. Hier kann ich jetzt das Kopfteil verstellen, nach vorne, nach hinten. Hier kann ich den Rücken verstellen und hier das Fußteil. Angenehm im Sitz, mittelhart, der Rücken etwas softer, die Füße gehen recht weit hoch. Ich würde sagen, das ist Herzwaage. Ja, das ist Herzwaage. Hier habe ich die Füße hoch, den optimierten Blutrückfluss. Und wenn ich jetzt diese Taste drücke, brauche ich gar nichts mehr überlegen, dann geht alles automatisch zurück. Beide Sessel sind vollelektrisch, alle Teile elektrisch verstellbar, ohne Akku. Sie brauchen also ein Kabel, Akku aber nachrüstbar. Beide Sessel haben wir im Set im Angebot, weil wir sowas selten haben und immer wieder Kunden haben, die zwei Sessel wollen. Hier funktioniert das genauso. Genau der gleiche Sessel. Beide Sessel sind gleich groß. Also Medium ideal für Leute mit 1,65 bis 1,85 Körpergröße. Für Mann und Frau, für Mann und Mann. Für Frau und Frau, wie auch immer. Beide Sessel sind sehr bequem und beide Sessel sind auch gut zu kombinieren mit warmen Farbtönen. Mit Holz, mit Grün, mit Braun, mit Beige, mit Sand. Diese Farben passen ideal zu diesem Leder, das bei Himmola Leder Long Life Rustica Afrika heißt. Zwei Schnäppchen, die wir nur als Set verkaufen. Wer braucht zwei Sessel, wer braucht viel Bequemlichkeit? Sie, dann sind die Sessel bald bei Ihnen zu Hause. Würde mich freuen. Dankeschön und tschüss, Ihr Lutz Reinhardt.